Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ZEK NOCH EIN! 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 Tatiah, komm mal her, ihr müsst mir aufben! Das sind keine Noten. Seine Sohn freut dich zu den Damen bitte. Sie verdienen Geld mit Pflichten. Nein! Seid nicht zu unfreundlich zu denen bitte. 50 Euro die Nacht kannst du auch nicht. Ey, die waren voll nett. Ey, das sind aber scheiß Noten. Ja, die Noten sind nett. Das sind auch nett, aber das sind einfach nur Noten. Noten sind auch nett. Die halten ihre Muschie her. So 50 Euro darfst du deinen Schwanz reinstecken. Verstehst du das? 50 Euro die Nacht. Redet bitte nicht in einer so vulgären, schwachen Achere. Weißt du was am 1. Mai ist? Da ist eine Demo! Jetzt haben wir ja auch eine Demo! Alter! Schau dir das mal an! Berlin bei Tag, Alter! Das sind die Demo-Teile, verstehst du? Fuck, Alter! Ey, da ist das Fenster. Nein, Tadi, das war erst am 1. Mai. Okay, ich warte mal. Ihr wisst, dass ich am 1. Mai als Blumenmädchen rumlaufe. Ja, 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 bitte. Blumen... Entfernung. Weißt du was, was wir ins Jeddahal mit. Ja, 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 ja das war. Kommiss, wie ihr das mal?